Hallo zusammen, ich bin BösserGummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Slay the Spire, diesmal wieder im Aufstiegsmodus. Sorry, es gab eine kurze krankheitsbedingte Pause und Sif kommt heute auch noch nicht raus, sondern nur das Slay the Spire mal dabei, weil ich auch arbeiten muss. War leider sehr verschnupft, man hört sich ja immer noch, das heißt, sorry, falls ich nur niesen muss, sorry, falls ich nur husten muss, sorry und so weiter. Aber es geht sich jetzt aus, dass ich nochmal in Slay the Spire hier ein bisschen spiele, ich denke, ich bin fit genug dafür, auch wenn es Aufstiegsmodus 17 ist. Das Positive daran ist, das Video ist wahrscheinlich nicht lang. Noch ein Versuch, die Auswahl, Servus, erhalte eine zu viel geseltene Karte, erhalte 100 Gold, verliere dein gesamtes Gold, verliere dein Startreli, erhalte ein zu vieles Bossreli. Zuflige geseltene Karte, maybe, oder 100 Gold. Normalerweise nehme ich da immer das 100 Gold, wenn ich einen Shop sehe in der Gegend. Vielleicht nehmen wir mal die zufällige seltene Karte, können uns aber nicht aussuchen halt. Zwei, drei, vier. Wir hätten ja vier Feuer, geht sich vier Feuer irgendwie anderwertig aus, wo man vielleicht dann Elite auch noch mitnehmen könnte. Ähm, na, also die vier Feuer gibt es leider nur, die vier Feuer gibt es wirklich leider nur, wenn man da die Elite komplett auslässt und wir haben nur einen Shop am Schluss. Nehmen wir vielleicht die seltene Karten und tun mal ein bisschen lauter spielen. Doppeltreff ist nicht schlecht, das könnten wirklich eine schlechtere seltene Karte sein. Bei Momentan macht es eigentlich nur mit Schmettern Sinn, weil zwei Schläge kann ich, Doppeltreffer mit Schlag ist einfach relativ, relativ sehr sinnlos. Wir kriegen eigentlich mega viel Schaden ab, wovon ich kein großer Fan bin, wie ich sagen muss. Ähm, ne, jetzt macht es eigentlich schon fast Sinn, Doppeltrefferschlag, aber wir killen ihn nicht. Wenn wir nur 27 Schaden machen, dann tun wir noch einmal blocken, zweimal draufhauen. Kannst du mehr Schaden machen? Warte mal. What? Äh, jetzt haben wir einen Doppeltreffer Schmettern, das macht nicht Sinn, finde ich. Das macht sehr viel Sinn, finde ich. So, jetzt brauchen wir nur zwei Schläge, das reicht. Drei sind sogar Overkill, es ruckelt schon wieder, aber ich bin zu krank, um mich davon, äh, in irgendeiner Weise beeindrucken zu lassen. Boomerang, Schwert, Kräfte, Billen, Verschanzen. Und Verschanzen ist das, was wir das letzte Mal gebraucht hätten, aber solange wir noch nichts anderes haben, werde ich nicht, wenn wir jetzt gleich mit dem Verschanzen anfangen. Das sind die, naja, wir haben Doppeltreffer, ich finde, das passt nicht wirklich. Boomerang, Schwert passt auch nicht wirklich. Soll ich es mir trotzdem nehmen für, ja, nehmen wir es uns trotzdem. Vielleicht zum Beispiel Doppeltreffer, schwerer Schlag, wenn man dann ein bisschen Stärke bekommen hat, da ist das Boomerang, Schwert auch irgendwie dabei. Okay, Schlag ist besser geworden, jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen, ähm, nicht mehr so toll unterwegs hier. Aber, das ist fein, weil wir haben ja einen Haufen Feuer, nicht wahr? Dafür haben wir es ja, dafür haben wir es ja. Einmal Doppeltreffer, Schlag und dann nochmal Schlag. Wenn man leider geschwächt ist, so sympathisch ist. Äh, 4x2 sind 8 Schaden, ist fein. Und dann noch 2x4, gilt ich. Immer wieder auf 45, wonderful. Jetzt hätten wir sogar einen Body Slam, aber jetzt gehen wir gleich lieber in Richtung schwerer Schwert und hoffen, wir kriegen ihn in die Stärke. Weil das macht mit Doppeltreffer irgendwie Sinn, nicht? Nicht! Ich seh' es. Äh, 6x2, Yuzu Armband. Zu Beginn ist ein, in den Regeln wäre ein Monster, ne? Das kann schon geil sein. Oder so vier Schlüsen. Ich mein, das bereue ich vielleicht noch, dass ich da nicht den so vier Schlüssel stattdessen genommen habe, aber... Das war irgendwie, das war irgendwie auch nicht das wahre. Dann haben wir ein Doppeltes Boomerang-Schwert. Das war irgendwie amazing. Aber dann kann ich nicht sagen, auf wen es gehen soll. Ja, probieren wir es aus. Das wird schon was. Okay. Oh! Ich dachte, es wird dazwischen nicht. Sie kriegen dazwischen nicht den Block. Wupsi! Mein Fehler. Können Sie hier aufhören? Beide gleichzeitig? Ganz oder vielleicht? Ich weiß es, bitte. Einmal Schlag. Einmal verteidigt. Nochmal Schlag! Wämst du? Und hier drauf gehauen. Wunderbar! 15 Goldmachtank erhalte. Oh, ein Nimm's gelassen. Ein Nimm's gelassen muss man immer nehmen. Wir schmieden manchmal, es macht alles keinen Sinn. Es macht alles immer. Wollen wir mal an uns erinnern, statt zu schmieden? Das ist alles, wie ich bereits zum Ausdruck gebracht habe, kein Sinn macht. Oder wir schmieden noch das... Oder wir ruhen uns aus. Das können wir auch machen. Erinnern wir uns mal und dann schauen wir weiter. Das muss erledigt werden, was erledigen wir es. Servus. Du taugst mir auch nicht, damit wir jetzt ehrlich sind miteinander. Ich meine, ohne jetzt gleich unhöflich sein zu wollen. Aber... Du machst jetzt mega viel Schaden. Ich werde an die überhaupt keinen Schaden machen. Und ich werde davon sehr enttäuscht sein. This is how this is gonna work. Ja, und jetzt wieder abhauen und das taugt mir auch nicht. Weil ich nicht weiß, was ich will. Okay, und bei 1 daneben können wir jetzt bitte Angriffe bekommen. Sogar das Setup dafür, dass ich verzweifle. Nein. Okay, alles ist cool. Niederreißen. Ich meine mit dem Doppeltreffer halt. Aber... Kannst du auch nicht übertreiben. Nehmen wir nochmal einen guten Block. Was haben wir eigentlich? Das ist sicher. Natürlich. Ich war ja krank gespielt, okay? Und du gibst mir das Feuerrad. Findest du das eine gute Idee? Ich persönlich finde das nämlich keine gute Idee. Überhaupt keine gute Idee. Genau, ich persönlich finde das eine absolute Schaseidee. Für die 40 Schaden zu steigen. Ich meine eigentlich... Aber es bringt halt jetzt noch nichts. Man weiß nicht, ob es in und... Aber irgendwann kriegen wir schon Stärke. Schwerer Schwer ist immer besser zu verbessern. Komm, gib mir Stärke. Irgendeine Stärke. Gib mir... Kriegsbemalung ist keine Stärke. Äh, still taking it, doch. Äh, Verteidigung und geisterhafte Rüstung. Okay. Ich will zu dem Schock, ja. Gib mir, gib mir irgendeine Stärke. Dude, I need it. Important. Verteidigen. Äh, Schlag. Boomerang-Schwert 12, 21. Ja. Macht viel mehr Sinn. Das schwere Schwert. Das Unnötige. Wo man da noch gar nicht verdient hat, überhaupt zu sein. Ähm. Kannst du nicht 13 Schaden machen? Maybe? Could you just not? Aua. 34 leben noch. Ja. Gibt es da noch was Besseres? Äh, ein Aufstiegsfluch. Danke. Genau das wollte ich. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, topisch Mettern bist du jetzt aber trotzdem hin. Egal wie geschwächt ich bin. Wams, die nur noch 40 leben. Regenerationsdrang. Das brauche ich gerade. Ah, verschlingen ist ja, verschlingen ist ja, verschlingen. Is a true story. Oh, shit. We're all dead. Fuck. Oh, no. Oh, no. This is terrible. Terrible. Ähm. Wir machen das. Wir machen das. Das gibst du mir. Oh, gib mir einen Flammen. Yo, gib mir einen Flammen. Herr mit den Flammen. Wemst du? Ähm. Is es was Besseres ein zu kehlen dabei? Ich glaube, es ist was Besseres ein zu kehlen dabei. Wenn es im Herzen meh tut. Die schwächste mir so und so. Das heißt, es bringt nichts wirklich, einen von den beiden zu kehlen. Finde ich jetzt. Ähm. Das sind 17 zusammen. Ich meine, wenigstens kriege ich. Oder das sind 15. Hör auf zu ruckeln. Spiel. Ich packe mein Leben nicht. Das gibt es nicht. Du kannst. Yo. Are you shitting me now? Jetzt hat es sogar ganz kurz. Merkt ihr das? Okay. Wir sollten es ja nicht merken. Sogar das Sound ist weg. Kurz. Was ist los? Was ist los? Ich war krank. Nicht du spielen. Fuck is it's problem. Äh. Okay. Das ist jetzt. Wir killen jetzt dich. Das ist. Fine I guess. Und dann killen wir dich. Jetzt haben wir nur noch euch bei. Soll ich eigentlich gerne ein bisschen verteidigen. Damit ich noch. Den Rest von dem. Von dem Regenerationstrank abbekomme. Ich meine wir können dich mal killen. Äh. Nicht killen. Aber. Die mal wehtun. Zumindest. Ein wenig. Ein wenig wehtun. Das heißt das Bummelangsschweite will ich jetzt nicht spielen. Wir werden dich mal killen. Wampste. Dann machen wir nimmst gelassen. Und jetzt chillen wir noch zwei Runden. Ah. Ich muss niesen. Shit. Oh das hat länger gedauert. Und ich hab während dem nächsten vergessen. Dass ich noch eine Runde warten wollte. Ups. Äh. Sprung tritt. Mh. I don't know. Na. Na. Ich will eigentlich nur nicht. Kann ich einfach nur Stärke bekommen jetzt? Normalerweise in einer Tour Stärke. Jetzt. Nein. Ich geb keine Stärke Gummibomb. Geh nach Hause. I'm like fuck you. Ich bin schon zu Hause. Okay. Wir haben 47 geleben. Wir schmieden die Stärke. Jetzt hör mal auf. Das macht mich fertig. Wie kann dieses. Was kann er. Bitte. Es ist Slay the Spy. Es ist nun wirklich nicht fucking. Ich weiß nicht was. Das wäre jetzt gerade gut. Das ist nicht God of War. Nein. Das geht nur auf Playstation. Hat deswegen eh keine gute Grafik. Ähm. Was hat denn. Was ist es aufwendig? Keine Ahnung. Ich spiele keine Spiele. Die tatsächlich irgendwelche Ansprüche an die Hardware stellen. Ähm. Call of Duty? I don't know. Ähm. Entferne eine Karte. Verbessere eine Karte. Entferne ist wahrscheinlich immer besser. Ich will hier noch etwas verbessern. To leere. Entferne. 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 Okay. Got it. Got it. Schlingeln besser. Schmettern besser. Doppeltreffer besser. Nimmst gelassen besser. I don't know. Mach mal Schmettern besser. Nun wartet er tot. Auf mich. Which is sad. Ähm. Ich will eigentlich die geisterte Rüstung behalten. Auch wenn ich eigentlich so viel Schaden wie möglich machen sollte. Äh. 4 mal 6. Ja. Egal. Ich verteidige einfach mal gar nicht. Verteidigen ist völlig überbewertet. Muskelspiel. Bewhamsty. Äh. Und bewhamsty. Nehmen. Das Muskelspiel mit dem Ding hat da nicht so ein bisschen was gebracht. Da weiß ich jetzt nicht drüber beschweren. Das war ziemlich dope. Einmal nimm's gelassen. Ja. Das ist so ein Schatz hier gerade. Ich meine wir blocken. Aber was soll ich hier blocken? Was ist das für ein. Der Schwachsinn. Deppert. Der Dummer. Äh. 4 mal 4 Schaden. Yes. I'm a fan. Ich würde eigentlich gerne nochmal Schmettern aufgeben. Aber ich. Ich glaube. Ich kriege langsam ein bisschen Angst um meine HP. Ich glaube wir gehen leider drauf. Um ehrlich zu sein. Außer. Ich meine wir haben gerade Glück mit dem Muskelspiel. Und äh. Und dem schweren Schwert. Bist du Deppert. Das ist meine einzige Rettung hier. Es könnte meine Rettung sein. Aber ich bin noch nicht ganz überzeugt davon. 8 mal 2. Ich würde mich jetzt killen. Wenn ich. Mann. Ja. Du bist jetzt leider nichts mehr wert. Ich muss das spielen. Sonst bin ich tot. Which would be bad. Ähm. Doppeltreffer verschlingen am ehesten. Oder? Oder hau mal zu Schmettern drauf. Und hoffen auf was denn? Aber auf was hoffe ich denn? Es gibt keine Hoffnung mehr. Die Hoffnung ist tot. Äh. 30 wären das. 30 dafür hast du keinen. Oder ist es besser wenn du noch verwundbarst. Ich glaube es ist besser wenn du noch verwundbarst. Um ehrlich zu sein. Maybe that was. Stupid. Äh. Immer noch nicht tot. Hehehe. Aber nächste Runde müssen wir nicht gehen. Er knappt nämlich nicht tot. Das könnte schwierig werden mit 16 und 9. Was 25 gibt. Start. 28. Why are you doing this to me? Spiel. It's so close. So close. Es hätte funktioniert wenn ich es umgekehrt gemacht hätte. Gell? 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 Wahrscheinlich. Wenn ich nicht das Schmettern gespielt hätte. Sondern das andere. Sorry ich muss mich kurz schneuzen. Nicht weil ich weine weil ich verloren habe. Sondern weil ich verkühlt bin. Es war jetzt so kurz dass ich ja noch eins spielen muss. Was ist denn da? Das sind das kurzen Videos dann. Oh Gott. Ne nochmal. Ja unbedingt will ich nochmal. Alter die zu viel Gefahr. Wo ist eine ungewöhnliche Karte? Schaß in den nächsten drei. Schaß. 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 Wir nehmen den Fluch. Fuck it. Vogel ohne. Let's go. Äh. Was war das jetzt für ein Fluch? Sorry. Nein. Unspielbar gegnt. Ist diese Karte auf der Hand? Verlierer beim Ausspieler einer Karten. Ein Trefferpunkt. Ähm. Sag ich mal. Wäre das eine Synergie mit äh. Dingsbumsi? Mit der Karte die einem. Stärke gibt. Wenn man Trefferpunkte verliert. Wenn ich die jetzt beide mal angeboten bekomme. Würde ich das fast ausprobieren. Weil das wäre ziemlich insane oder? Fällt mir gerade so auf. Zwei Feuer. Ähm. Yo. Zwei Feuer dann nix oder was? Ein Feuer dann gehen in die Leere. Drei Feuer. Vier Feuer. Gibt es keine. Keine vier Feuer. Es gibt keine vier Feuer. Habt ihr das gerade gehört? Es gibt keine vier Feuer. Das ist ja noch schlimmer als vorher. Okay. Dann gehen wir bei dir vorbei. Kriegen wir drei Feuer. Kriegen wir einen Shop da auch noch? Wenn ich bei dir vorbeige, kriege ich keinen Shop. Halt dich für eine Lüge. Halt dich für eine dreckige Lüge. Da kriege ich einen Shop. Amstie. In your face. Ähm. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ich hätte es umgekehrt machen sollen. Nö, nö. Aber wir sind da geschwächt. Das heißt, jetzt kann ich ihn wenigstens mit einem Schlag killen. Und er wird stärker. Mäß, jes. Zwölf Schaden. He's a funny one. Ähm. Nein, ich will eigentlich alles blocken das nächste Mal. Äh, alles aufheilen, meine ich. Well. That's bad. Give me that. Aua. Ich habe jetzt einiges gescheites. Danke. 71. Schnaufe, schnell, kloppel, Blutfluss. Immer wenn du treffst, du reine Karte fließt, erhalte er eine Stärke. Wie meinte ich? Das war jetzt ziemlich nett vom Spiel. Okay, probieren wir das aus. Gib mir gleich beim ersten Mal die Karte. All right. Let's see how it goes. Ähm. Bad idea. Still bad idea. Let's do it. Come on. Okay. Ja, jetzt muss ich ja fuck it. Fuck it, fuck it. Sunken costs. Sunken costs, Gummibaum. Sunken costs, sunken costs, sunken costs. Sunken costs. Okay. I don't know. Das hat mich jetzt gerade völlig aus dem Konzept gebracht, dass wir da so viele Lebenspunkte verloren haben. Das war nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wämst du. Wir sind geschwächt. Das wird jetzt nicht deppert Schmerz. Einmal. Yes, das funktioniert zweimal. Das funktioniert überleibend. Okay, dann noch eine Fluchkarte. I'm in. I'm in. Ähm. Das geht sich aber sowas von locker aus. Das geht sich nicht aus. No. Okay. Okay. Verwüstung zum Body Slams. Das ist alles nicht das, was ich will. Das ist alles nicht das, was ich will. Ich brauche Stärke-Card. Stärke fixiert. Okay. Blutfluss. Ähm. Lack. Lack. Zwei Stärke. Ist nice. Einmal verteidigen. Äh. Einmal das hier. Was ich, äh, Schmettern nennt, glaube ich. Das ist das hier. Äh. Zwei. Das ist zwölf. Ist definitiv nicht dreißig. Das ist eine sad story. Verteidigen. Schmettern. Äh. Wir haben ein Verteidigen-Problem. Ich bin ja ein bisschen am Sterben. Und ich möchte eigentlich nicht sterben, weil sonst qualit man ja. Abgesehen davon, dass ich am Sterben bin. 35. Äh. Die Mondform auch noch dazu ist, aber es ist nicht wirklich. Es ist wirklich nicht so toll. Entwaffnen vielleicht. Nehmen wir uns Entwaffnen mal. Als Verteidigungskarte. So, wir müssen jetzt irgendwie zum Feuer. Gehen wir darüber zum Feuer. Ähm. Ja, das ist fein. Braucht keinen Max-HP. Wer braucht schon Max-HP? Wichtig mal Entwaffnen für später. Und dann verteidigen. Und dann Schlag. Blutfluss. Ich meine, das wird alles schon wieder so schmerzhaft. Goddammit. Ich freue mich, wenn er noch 9 hinterher haut. Wenn er nichts Besseres zu tun hätte. Sag einmal. Ich meine, ich mag ja die Stärke. Aber können wir mal wieder aufhören auch? Holy fuck. Ah, und jetzt wieder abhauen. Das glaube ich nicht, Tim. Der Rettrack-Bummerang-Schweiz. Ah, der Lass. Ich meine, das passt wieder. Passt alles sehr gut. Ich meine, das tut. Aber es passt halt. Es stimmt schon, dass es passt. Das Bummerang-Schweiz für die Stärke mal, oder? Das andere wäre mehr Stärke bekommen, dass wir jetzt mal die Stärke auch ausnutzen. Müssen wir jetzt wirklich... Ich will was schmieden eigentlich. Können wir mal den Blutfluss auf Neue schmieden? Weil den will ich wirklich immer spielen. Jedes Mal. Egal was. Okay. Da ist ein... Da ist ein... Da ist ein... Da ist ein... Shop. Shop. Wunderbar. So, wieder ein Schmerz. Einmal. Zweimal. Und er bringt doch nicht einmal was. Der Teppert den Schmerz. Ich glaube, sich zieht Blutfluss. Einer bringt es auch. Oh, das wird aber so viel bringen. Machen wir es kurz. Dreimal acht. Wham, wham. Einer ist schon hin. Nice. Jetzt den Blutfluss. Ist natürlich ein bisschen zu spät. Bämst die Tier draufgehauen. Bämst die Tier draufgehauen. Das war ganz leibert. Und dann einmal. Und du wärst tot. Zwölf Gold. Zwei Waffen. Kampf. Brauche ich das für ihn alles? Also noch standhaft. Knopfschlag. Ne. We fine. Traumfänger ist ein Chance. Von dem aus nehmen wir hier den Sovierschlüssel. Ich wähle eigentlich einen Nimmst gelassen. Ich will aber auch eine Karte loswerden. Ähm. Wären wir mal eine Karte los. Wir werden los. Als erstes. Sicher nicht im Fluch. Weil der taugt mir. Äh. Wir nehmen den Nimmst gelassen. Und dann. Äh. Einen Schlag los. So wie sich's gehört. Ne. Ich will noch ein bisschen der Gegend rumschmieden. Vielen Dank der Nachfrage. Umrangschwert mal als erstes. Gut. Wie gestärkt. In den Elite-Kampf hier gehen können. Ähm. Ich will nicht nochmal verflucht werden. Erzöne die Pinze. Pinze? Die Pilze hört sich auch schlecht an. Aber manchmal funktioniert das ganz gut. Might not be today. Ähm. Can we please get. No. Okay. Okay. Just ask. 4 mal 3. Ähm. Äh. Ich glaub die 6 Schaden muss ich jetzt einfach mal. In Kauf nehmen. Es werden schon 2 von den Stärken. Das taugt mir nicht. Das taugt mir überhaupt nicht. Wir machen mal das. Okay. Ich hab wenigstens die richtigen getroffen. Äh. Äh. Blutfluss. Yes. Ich mein, wir kennen schon mal dich. Aber dann werden alle anderen besser. Was unangenehm ist. Hey. Die machen dann mehr Schaden. 5. Stärke kriegt's immer dazu. Oh. Äh. I did not see that coming. Ja. Aber ich mein, mehr als 11, wenn sie ja wohl nicht dazugekommen, oder? Da doch. 3 da. 5 da. Ist 8 dazu. Immer noch besser so. Auch wenn's schmerzhaft ist. Es ist schmerzhaft. Ich geb's zu. Ich geb's zu. Jesus. Einmal Schlag. Nochmal Schlag. Und dir mal. Die Stärke weggenommen. Jetzt nehmen wir's mehr oder weniger gelassen. Ähm. Wir kennen dich noch nicht. Also mach ich lieber nochmal verteidigen. Und dann hauen wir drauf. Oh. Ich hab so wenig Leben. Dafür ganz, ganz viel Stärke. Umrangschwert. Seltsamer Pilz. Wonderful. Verliere am Ende dann das Zugesand. Da hopfen wir einen Gegner 5 Schaden zu. Okay. Ich mein, es macht Sinn. Das ist. Das ist selbstmädlerisch. Können wir damit aufhören? Nein. Ich verliere 83 Gold. Scheiße. Scheiße nochmal. Ah. This might be bad. This might be bad. This might be the end for me. Äh. Einmal verbrennen. Uh. Da fickle ich ein bisschen Lebenspunkte, wenn ich die Mächte spiele. Right. Au. Stärke. Können wir nicht mit 18 anfangen? Und vor allem auch noch. Das geht mir so auf die Eier gerade. Wow. Geht mir das auf die Eier. Kein bisschen. Eingriff kriege ich. Can we stop this crap? Warte. Dann kriegt er zwei dazu. Dann killt er mich ja trotzdem. Wir müssen das so machen. Please. We need to kill him. Please. Okay. Okay. Das magst du Fruchtsaft. Ja. Dankeschön. Nochmal entflammen. Ich mein. Mach die ganze Sache schneller. Um ein bisschen was. Wir ruhen uns möglicherweise aus. Vielleicht ruhen uns aus. Würde ich vorschlagen. 33. Okay. Ich mein. Sollte mir das eigentlich ausruhen lassen. Wir verbrennen jetzt schon. Wenn ich. Ich will eigentlich noch nicht verbrennen machen. Aber ich mein. Wir müssen es eigentlich machen. Und Schmerz kriege ich auch schon. What the fuck is this? Goddamn shit. Ich will noch nicht jetzt Schmerz haben. This is too early. Don't you understand? Blutfluss. Entflammen. Ich mein. Wir heilen. Wir heilen. Bis zum Deport werden. Einmal zweimal. Die einzige Stärkekarte. Die wir wirklich haben. Ist das Bumma. 36. Ja genau. Na super. Danke. Vielmals. Danke vielmals. Fünf block ich. Dann bin ich eh schon tot. Ich. Tu mir ja selber die ganzen Schaden zufügen. I hate this so much. Vier mal sieben. Wir sehen noch nix. 40 Schaden machen wir gerade mal. So ein Schwachsinn he. Einmal. Fuck. Zweimal. Ja ich mein. Ich kann ja nicht mehr genug Karten spielen. Damit ich ihn überhaupt umbringe. God damn it. 27. Jesus Christ. Ich hab nicht mehr viel Zeit. No stop it. Zweimal 18. You idiots. Okay. Einmal. Zweimal. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Burschen. Okay. Okay. Warte. Wenn ich gar nichts spiele und keinen Schaden nehme. Hab ich gewonnen. Wieso ich keinen Schaden nehme? Wenn die beide zwölf Daten machen. Kummerang Schwert. We got it. Right? Oh my god. Okay. Okay. Verschlingern wir gerade mich. Brutalität. Nein. Langsam übertreiben wir es. Ich meine die Stärke die ich die ganze Zeit bekommen werde. Die Stärke. Aber ich muss ja auch immer nur das Leben hernehmen. Damit ich das machen kann. Verschlingern oder? Okay. Ich verstehe schon Brutalität. Ich verstehe schon wieso Brutalität Sinn machen würde. Okay. Ist ja nicht so dass ich völlig deppert bin. Okay. Meistens nicht so dass ich völlig deppert bin. Verschlingen. Manchmal. Verschlingen macht aber auch Sinn. Weil wir mehr Trefferpunkte brauchen. Brutalität. Verschlingen. Brutalität. Ich glaub verschlingen. Habt ihr gerade gesehen wie wir fast drauf gegangen wären. Wenn wir noch mehr Trefferpunkte verlieren. The fuck are we gonna do then? Ja wir nehmen Verschlingen. Äh nope. Definitiv nope. Kann nicht. Alles sieht schön aus. Und dann sowas. Und dann sowas. Was soll ich damit anfangen in dem Spiel? Was soll ich? Ne. Transformieren. Das ist viel zu gefährlich. Transformieren. Ehrlich Legium verteidigen. Weiße Scheißbestienstatue nehmen wir uns. Dann kriegt das nächste Mal jetzt Sosa eingeboten. Und wer noch wütend ist. Ich sehe schon bin. Gott dammit. Voll ins Gesicht geschissen. Dabei hab ich dir nichts getan. Spiel. Gar nichts. Deine Mutter beleidigt. Nein. Heute nicht. Drei Feuer da. Es gibt überhaupt auch keine vier Feuer. Mh. Warte mal. Drei Feuer da. Vier Feuer. Oh okay. Kein Job. Fuck it. Gehen wir da durch. Entflammen. Yes please. Yes please. Yes please. Yes please. Einmal Schlag. Einmal entwarfen. Let's go. Ich leide. Ja. Ja. Sehr leidend. Extrem leidend. Wahnsinnig leidend. Manchmal verbrennen. Das war aber. Ah ja die Mächte auch. Du bist ja komplett am durch drin. Aber jetzt gerade. Nein. Blutschluss hab ich wenigstens nicht. Verloren. Ähm. Ja die ganzen benommen. Was soll ich machen wenn er die ganze Zeit angreift? Hä? Sicher hab ich dann benommen. I mean. What am I supposed to do? I don't understand. Drei benommen. Schon wieder Schaden. Ich will nie mein ganzes Leben. Okay. Ich will nicht jetzt auch noch Schmerz haben. It's not enough. It's not enough. Feuer packt. Ich schütze eine Karte. Ziehe drei Karten. I don't know. I think so. Okay. Niemand von euch taugt mal. Kann ich das mal einfach so sagen? Ohne dass das gleich. Vielleicht heißt ich werde deswegen ein böser Mensch. Ihr seht jetzt alle in Schaas. Alle. Zusammen. Äh. Wir geben dir mal das hier. I'd say. Ich meine wir müssen ja mal. Wir müssen ja mal. Ich hätte zuerst das andere Spinnzeln. Wir machen aber Schlage. Ich muss doch was sonst machen. Makes no sense. Otherwise. Aua. Aua. Bissi blocken diesmal. Und flammen noch. I don't know. I don't know what I'm doing. Ich habe nochmal 11 Schaden. Aua. Jetzt hörst du mal auf. Das gibt es ja nicht. 12, 12. Es ist 24. Es ist 16. Es ist 40. Es geht sich nicht aus. Ich kann ihn nicht mal killen. Ich muss den nicht. Behrlich. 16 hier. Sicher. 16. Wieso nicht 16? Mach mal 16. God fucking damn it. Es geht sich genau nicht aus. Jetzt mach ich noch einmal. Dann hab ich 17. Fuck it. Mal da jetzt nicht das anders machen sollen. Scheiße. Moment. Das sind 24 plus 18. Ist 42. Warte mal. Aber 43 kommen dann auf doppelt ein? Was nicht gerade ist. Fuck. Was ich damit meine ist. Wenn wir jetzt. Äh. Diesen Rumpa. Reinhauen. Einmal einen Schlag spielen. Dann kommen wir auf 17. Da ist die Hälfte davon aber immer noch abgerundet. Äh. 25. Und ich. Äh. Also die Hälfte von 16. Das ist die 15. 15. 50% plus. Wenn dann immer noch 8. Äh. Von 17 meine ich. Genau wie jetzt 16. Deswegen geht es sich immer noch nicht aus. So. I'm trying to save. Lang umwunden. Äh. Ja. Ich meine. Wir müssen aber halt ihn. Den Angreifen. Jetzt kaufen wir mal dich an. Mann. Das ist ja nicht so. Kleid. So. Stirb. Und krieg aufs Mal. Ja. Ich weiß auch nicht wie ich nicht sterben soll. Das haben mir keiner beigebracht. Wie das nicht sterben geht. Kopfluss. Alles für mich. Arsch. Transformier eine Karte. Ey. Könnte diese Karte vielleicht einfach plus 50 HP sein? Happy Top. Ah nein. Das ist Korruption stattdessen. Hm. Nein. Das ist natürlich die andere Option. Nicht. Äh. Am I dead? 6 mal 3. Ich hab keinen verteidigen. Yes. Yes. Beautiful. Warte mal. Wir machen noch Entflammen und fetzen uns die Stärke rein. Nur damit man nichts sagen kann. Ich hätte nicht alles probiert. 40. Äh. Nicht schlechter Schaden gewesen. Er macht jetzt auch nicht schlechten Schaden. Servus. Das war's. Dafür. Setzt man sich halb krank vom PC. Okay. Ich hoffe immer, dass es dir Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das noch war. Lasst dann ein Like, dann abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.